Musik Das Infrastrukturkonzept des Naturpark Ötztal umfasst fünf Informationsstammpunkte vom Eingang bis zum Talschluss des Ötztals. Die Bauarbeiten für das Herzstück, dem Naturparkhaus in Lengenfeld, sind bereits im Gange und wurden nun mit dem Spatenstich der Bauträger auch offiziell gestartet. Musik Heute haben wir den Spatenstich für das Naturparkhaus gemacht, gemeinsam mit den Sponsoren, mit den Gemeinden, mit dem Ötztal-Tourismus, mit dem Land Tirol und haben einen großen Schritt in Richtung Naturparkhaus Verwirklichung gemacht. Ja, die fünf Naturparks, die wir in Tirol haben und auch der Naturpark im Ötztal, sind ganz wesentliche Einrichtungen einerseits, um unsere Naturjuwelen zu schützen, aber auch sie in Wert setzen zu können im Sinne der Naturvermittlung sowohl für die einheimische Bevölkerung als Touristinnen und Touristen, um allen zu zeigen, um darauf hinzuweisen, sie dafür zu sensibilisieren, was für eine wunderbare Naturwelt wir da eigentlich zu bieten haben und deswegen ist die Arbeit der Menschen im Naturpark, aber auch die Einrichtungen, die bei dieser Vermittlung helfen, so wie jetzt zum Beispiel das heute gestartete Naturparkhaus Lengenfeld, ganz was Wichtiges. Ja, wir haben ja schon Strukturen gelegt, wir haben die grundsätzliche Information am Taleingang in Ampach, an der Ötztal-Info, wir haben Informationspunkte in Idardai und in Grieß, wir haben einen Schwerpunkt Alpingeschichte, Bergführergeschichte, Tourismusgeschichte in Fendt, Pfarrer Franz Senn als Stichwort, wir haben die Wucht der Gletscherwelt auf der Hohen Mut in einem Ausstellungsraum und jetzt ist das also der Abschluss mit dem Haupthaus und hier sollen sich dann die Themen aus den Informationspunktbereichen wiederfinden. Also hier wird auch komprimiert dargestellt, die Wucht der Hinterötztaler Gletscherwelt, genauso wie die Vielfalt der Fauna und der Flora, natürlich das spannende Momentum Wasser in all seinen Erscheinungsformen. Hier sind auch Wechselausstellungen möglich und die Idee, die dahinter liegt, ist jene, dass ein Besucher hier sozusagen neugierig wird, auf das Naturerlebnis, hier wollen wir Appetit machen und dann geht es hinaus, um es in der Natur im Modell 1 zu 1 geradezu zu verwundern. Das muss man nicht mehr sagen, die Natur ist immerhin unser kostbarstes Gut, das was wir haben und mittlerweile hat sich da auch da selbst dann im Naturpark beziehungsweise hier jetzt auch die Gemeinde Lengenfeld sehr stark mit involviert, dadurch das Naturparkhaus geschaffen wird. Also ein Naturparkhaus ist einfach eine Struktur, mit der der Naturpark einfach perfekt sichtbar wird, eben mit einer Ausstellung, die da drinnen ist, sind ca. 270 Quadratmeter Ausstellungsfläche, wo einfach die Besonderheiten, die Vielfalt, die Fauna, die Flora, die speziellen Lebensräume in der Ausstellung vermittelt werden. Man kann das auch noch ein wenig erweitern, das Ganze ist ja nicht nur auf Gebäude ausgerichtet, Gebäude gibt es, das ist glaube ich das Sechste inzwischen, aber es gibt eine sehr gute und enge Zusammenarbeit mit dem Naturpark. Es gibt im Sommer Führungen, Wanderungen, naturkundliche Sachen, also das wird von den Gästen sehr gerne angenommen und ich denke, dass das schon Sinn gibt. Der Naturpark Ötztal ist ein Verein, ist eine Struktur, die mit den Gemeinden, gemeinsam mit dem Ötztal-Tourismus, gemeinsam mit dem Land Tirol und auch dem Alpenverein und dem Bundesforschen versucht, die Besonderheiten des Thales, die naturkundlichen Besonderheiten des Thales entsprechend zu vermitteln über Bildungsprojekte, über Forschungsprojekte auch. Auch wichtig, gemeinsam mit dem Ötztal-Tourismus ein Wanderprogramm zu gestalten, also sehr, sehr vielfältig mit den Menschen, die Natur gemeinsam genießen und Positives dafür schaffen, sozusagen. Ja, es war ja in der Gründerphase nicht ganz unumstritten, aber wir glaube, wir haben die Konzeption sehr pfiffig gelegt, wir haben gesagt, wir wollen die Einheimischen erwischen, dass auch die eigentlich die Vielfalt ihrer unmittelbaren Heimat näher gebracht bekommen. Da haben wir ganz besonders in den Schulen begonnen und nachdem es jetzt schon über zehn Jahre den Naturpark gibt, sind wir da schon sehr markant angekommen, das kann man sagen. Und vor allen Dingen auch die Touristen, speziell die Sommertouristen, nehmen an den Programmen, Wanderprogrammen, themenbezogene Programme, Vorträge wirklich sehr, sehr gerne teil. Also es ist eine Angebotsfacette im Tourismus, die zweifellos noch gefehlt hat und deswegen wird ja auch der Ötztal-Tourismus als Unterstützer immer wieder in Erscheinung treten. Ich hole vielleicht ein bisschen aus, der Tourismus vor vielen Jahren, im Winter-Nötztal hat man eher die Ansicht gehabt, der Tourismus hat mit der Kultur überhaupt nicht zitiert und provokant gesät. Die Kultur hat man gerade einmal genau gewischt, wie man schreibt. Inzwischen glaube ich, ist das schon durchgesickert, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist und speziell im Sommer. Im Sommer gibt es einfach ein ganz anderes Publikum wie unsere Wintergäste, die sehr wohl interessiert sind, was kulturell im Tal passiert, was wir alles zu bieten haben, was die Natur hergibt. Und ich glaube, dass das jetzt schon ein sehr guter Schritt ist, den man da auch getätigt hat. Und ich glaube, die sind alle recht gut zufrieden damit und ich freue mich schon, dass wenn das einmal irgendwo funktioniert und wenn man da ein bisschen passiert sagen kann. Zdrehend. Zdrehend. Bist. Zdrehend. Bist. Zdrehend. Untertitelung des ZDF, 2020